Die räumliche Nähe mit dem Südtiroler Kulturinstitut und dem Südtiroler Theaterverband ist natürlich ausschlaggebend für ein Abonnement beim Kulturinstitut. Und insofern hat es in diesen letzten vielen Jahren sehr viele Produktionen gegeben. Die mich generell sehr beeindruckt haben, muss ich zugeben. Muss man sagen, wie beispielsweise Mutter Courage, was eine vorzügliche Aufführung hier im Walterhaus war. Genauso das musikalische, wo ich auch eine besondere Affinität dazu habe. Da ist zu nennen der Verschnitt von ABBA an Silvester oder auch Johnny Cash als Collage. Das sehr gut beim musikalischen Publikum angekommen ist. Aber ein Stück, das eigentlich alle Voraussetzungen dafür hat, so eine Art Highlight auch im Leben eines Theaterbegeisterten zu sein oder zu werden, war sicherlich das Stück Monsieur Claude und seine Töchter. Also das hatte es in sich und das ist schon damit losgegangen, dass der damalige Intendant Uli Wallach bereits den Spielplan vorgestellt hat oder bei der Vorstellung des Spielplanes des Kulturinstituts anwesend war. Und er hat in einer sehr angenehmen Art und Weise vom St. Pauli Theater in Hamburg erzählt, das er vorgestellt hat. Und schon damals war das Interesse geweckt. Und dann war es auch dann noch so, dass das Stück auf drei Tagen aufgeteilt worden ist, also der Freitag, wo eigentlich die Abonnenten frei waren und somit auch noch einmal Kapazität geschaffen worden ist für sehr viele Theaterbegeisterte. Und das hat dann die Zusammenarbeit mit dem Theaterverband und mit dem Südtiroler Kulturinstitut auf den Weg gebracht. Und ich muss sagen, es ist vom Stück her einfach gelungen und es hat für alle jene, die auch wir eingeladen haben als Theaterverband, wirklich, es war ein hervorragender Theaterabend. Es ist das Stück über Intoleranz, über Rassismus und das wird so locker und locker vom Hocker erklärt und gezeigt. Und es ist vom Anfang an bis zum Ende zu schmunzeln, um nicht zu sagen, geradezu auch zum Lachen. Und es wird pointiert, es war ein überragendes Ensemble und hat von dem her einfach in der Qualität auch des Stückes, des Theaters richtig gut hineingepasst und bleibt somit auch als Stück ewig in Erinnerung. Natürlich kennen viele auch den Film, auch dieser war sehr, sehr erfolgreich. Und da hat man immer auch ein bisschen Bedenken, ja, Theater funktioniert dann meistens nicht so gut wie im Film. Bei dem Stück war es aber so, dass man muss sagen, Chapeau, das Stück war vielleicht noch besser als der Film. Musik